Herzlich Willkommen zum LFM Bürger mit dem Preis 2011. Die Veranstaltung habe ich mir grandios vorgestellt, kolossal und es hat alle meine Überwartungen übertroffen. Über 1000 Teilnehmer haben sich beworben. Die sind leider auch nicht gekommen heute. Was hier los ist, weiß ich nicht. So, auf jeden Fall. Bier! Was ist das hier? Alles von der LFM? Finanziert wurde dieser Adapter auf jeden Fall. Wie gesagt, diese Veranstaltung ist auf jeden Fall der Renner. Ich denke mal in ein oder zwei Minuten wird auch hier Sense sein. Also dann ist die Veranstaltung hier rum und alle Preise sind verliehen. Tja, Promenade hat natürlich im Preis abgeräumt, das werdet ihr aber erst in der nächsten Folge sehen. Bis dahin würde ich sagen, tschüss!